Licht ist das wirkungsvollste Mittel, um Räume oder Gegenstände in Szene zu setzen. Am besten gelingt Ihnen das mit den Lichtschläuchen von Lunatec. In den transparenten Schläuchen befinden sich sparsame und langlebige LEDs. Der biegsame Schlauch lässt sich leicht und vielseitig drapieren. Setzen Sie zum Beispiel am Fensterrahmen Akzente oder geben Sie Ihren Möbeln neuen Glanz. Und auch im Außenbereich macht eine gekonnte Lichtführung etwas her. Acht verschiedene Modi lassen Ihre Lichtkomposition immer wieder neu erstrahlen. Etwa im sanften Dauerlicht oder peppigen Blinken. Oder wie wäre es mit funkelnden LEDs? Einer Lichterwelle, einem fetzigen Blitz oder spannenden Sequenzen? Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, auch in der Farbwahl. Wählen Sie noch heute Ihre Favoriten aus sechs verschiedenen Farben und lassen Sie morgen schon Ihr Haus erstrahlen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020